Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier und heute geht's mit Klaus und Enrico auf Wutz. Ich hatte noch einen Sturmen-Stash-Gee bei mir, den der liebes Gooey gesponsert hat mit seinen Loot-Drops bei Twitch. Und ja, war ein geiler Raid, war ein richtig geiler Raid. Ich glaube jeder von uns hat zwei PMCs gekillt und wir haben ordentlich Loot rausgeschleppt. Und ja, war richtig, wirklich nice und wohlverdient nach der herben Niederlage am Montag im Livestream, wo ich direkt nur aufs Maul gekriegt habe. Aber das hat alles wieder wettgemacht und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo oder ein Like, da würde ich mich riesig freuen, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video, euer Senseless. Bis dahin, tschüssi. Wir müssen hier, wollen wir zum Jusek gehen oder zur Richtung Holzlager? Holzlager, oder? Jetzt, straight, straight da ruhig dann. Da würde ich aufs Sturm hinzurennen. Ja, Lobo. Deswegen sind wir hier. Achso. Der Hund muss weg. Heute noch nicht genug auf die Fresse bekommen. Nee. Da geht noch was, da ist noch Platz. Ja. Da sind da Situationen zum Fremdschämen vorhanden. Vorhanden. Also ich kann noch einen in die Fresse vertragen. Ich würde sagen, ich renne mal direkt in die geschlossene. Ich komme mit. Hoffentlich hängt ja nicht schon wieder einer am Tafelbeckhügel. Ich meine, da war ja gestern auch was, ne? Das war ja gestern, ja. Ja. Dann renne ich mal mutig zur Kiste. Ja. Folge, falls du nicht alles tragen kannst. Okay. Du bist so ein Pionier. So ein Ehrenwerber. Ich hab schon Hallos, ey. Wieso? Ich dachte, da rennt da einer. Aber da rennt da gar keiner. Da rennt da einer. Ich hör einen rennen. Ich renne, ich renne. Ah. Keine Stress, ich renne mit zu dem. Okay. Hütten, komm mal. Ui. Hallo. Gut, ich bin fertig. Und? Einer ist Minus, einer lebt noch. War das Spieler oder das Geff? Genau. Na ja, ging so. So, jetzt wird das auch zuckern. So kostet es gut. Zuck dann. In welcher Hütte bist du drin? Erste, zweite, dritte? Dritter. Dritter ist das. Okay, erst vor mir. Ich geh in der erste. Na ja, zwei Schalldämpfer waren drin. Barbwichser. Schießpulver, rotes. Halt die Maul. Halt die Maul. Kofferprozess. Wollen wir unsere alte Tour machen, Patze? Was ist unsere alte Tour, Klaus? Ja, hier, direkt links hoch, dann Container. Fangen wir oben beim Camp an. Ja, ja, ja. Und dann gehen wir... Da oben ist der Sniper ist, Geff. Ist er da? Ja. Ich durf, dann seh ich sie nicht. Wo soll er hin? Also, ich hätte... Doch, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Okay. He, he. Ausgescheidert. Ja, ja, immer in die Fresse rein. Volle Bude. Ich würde sagen, es sind Granaten, oder? Ja. Das war doch hinter uns am Dings, wo wir grad weg sind. Segel weg. Oh, vor uns, vor uns, vor uns. Ja, direkt. Weg da, links, links, weg, 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 weg. Ja. Minus, 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 minus. Okay. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Ich bin hier unten, weil ich bin... Wer ist denn jetzt? Wer waren links jetzt hier? Bei mir? Von mir? Kommen wir zu euch. Hab ich. Hier in 40, Level 44. Super. Gefällt mir weg vor. Weg da auch gut. Ich war ganz woanders Fürs Auto reicht es mir nicht mehr 2.8 habe ich jetzt gar nicht was ich bezahle Kommst du hier ran? Ja Dabei leise Ja hier ist jemand Gerade Waffe angelegt Kann ein Scaf sein Granate War deine oder was? Ja Er lebt noch Er schmeißt zurück Granate kommt von mir Hup Vom Sniperhügel Ok Ich guck mal hin ob ich ihn sehe Mein Arm weggeschossen Jetzt habe ich doch eine Granate habe ich noch Ich habe noch ein paar Meine Eine Ich gehe mal Richtung Sniperhügel Da ist immer Haus drinnen Matze gehst du rechts oder links rum? Ich gehe rechts rum Ich bin jetzt bei Benjis Haus Ok Noch eine Granate Ich push den Ich push den Ich push den Ich push Ich muss mal eben nachklippen Oh Außen Fenster raus Scheiße Im Haus ist noch einer Im Haus ist noch einer In meinem Haus? Ne Beutelshaus Oben oder das? Oder unten? Das kann ich dir nicht sagen Das kann ich dir nicht sagen Scheiße Matze brauchst du noch Bier Doktex? Ne Ach doch ja Bei Beutel liegt An den ich gekillt habe Das ist ein Bier Hier hinten ist jetzt einer gelaufen Alter Das war der Sniper vom Hügel Aber ich weiß nicht Wo er hinten ist Ich bin auf Höhe Benjis Hütte Also zwischen Zwischen den zwei Häusern Ok Bei einer ist noch links weg glaube Ja Er läuft hier bei mir Wo bist du? Einer Minus Ok Ich bin jetzt am Bus Dings Ok Ich bin hier direkt Auf der Schweinefarm Höhe Da läuft auch noch einer Ja ja da ist noch einer Der ist noch drinnen oder? Da ist nicht über drinnen oder draußen Das kann ich dir nicht sagen Weil ich bin am Busbahnhof Also an der blauen Hütte Enrico ist aber auf Beutels Seite ne? An der blauen Hütte Ja Ok Ich bin hier nicht an der Haltestelle Achso vielleicht ist er doch Uns umlaufen Matze Jaja das war der bestimmt Aber dann ist bei Beutel noch einer drin ne? Ja Hast du den Ausgang im Visier im Blick? Bis jetzt sehe ich gar nichts Weil ich muss mich erstmal heilen So jetzt hatte ich den Ausgang im Visier Ja 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 Wo hat denn die Tür wieder zugemacht? Sind die Kanade geschmissen? Der hat die Tür wieder zugemacht der Typ Der ist hinten im Schuppen So hier? Ja Gerade ne Da auf dem Gelände wo du grad drauf holtest Da ist er hinten im Schuppen Rechts weiter rechts Wuchten Da genau Da gerade drauf zu Da hinten Da ist ne Tür Da ist er drin Da hat er gerade raus geschossen Ich glaube ich habe ihn umgebracht Rico ich komme vor Gut Ich glaube ich bin mir nicht sicher Ich habe irgendwas gehört Aber ich habe eine Leiche liegen sehen Ja hier liegt Ne Meiner liegt hier links Da 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 Hier liegt Da liegt ich 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 Liege da oben Der hätte mir schon gelootet Ja Bist du im Schuppen Enrico Ja ich bin im Schuppen Ich bin im Schuppen Ich bin im Schuppen Ich bin im Schuppen Da hier liegt er Da hab ich ihm noch eingegeben Naja das war der Also war ichs Ja Ich wars Sehr schön Enrico machst du mal ne Waffe mal wegschmeißen? Das bist du hier Ne ne Beim Schuppen hinten bin ich Der da auf dem Holzstapel sitzt Der da auf dem Holzstapel sitzt Achso Das warst du Ja ja Ne der O Enrico Aber der hat mich schon gelootet Das musst du dann Matze machen Ich denke mal der wird dich hier haben Was ist denn das für ein Kollege? Der hat mich gefüllt Ah Willst du das Doktor haben? Ne 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 Aber Matze kann das gebrauchen Der ist ein Bier gewesen Achso Ahja Warte Dann tu es wieder rein Wo ist denn das Doktor jetzt? Ach hier unten War das auch ein Bär? Ja Ich tu es ins CSA Tu es rein Ich mach hier mal ganz kurz die Tür zu Ja Ja Hat sich doch für euch gelohnt Ja Okay Ja Ich fahr jetzt ähm Kennst du mir 200 Line? Ja ja Ich weiß gar nicht jetzt was ich zahle Wird ich dreieinhalb zahle? Kann ich gar nicht sagen Hast du so ein scheiß Charisma oder? Ne eigentlich nicht Ich zahl's noch drei So Leute ich verabschiede mich Juhu Klaus Danke Viel Spaß noch ruhig mal Juhu dir auch Tschüssi Tschüss Ein bisschen durch Also vorne der hat noch Der hat noch das Doctack ja? Okay Sehr nice Gut dann kommen wir raus im Rekord Ähm Soll ich dir Warte mal 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 Fuch jetzt баг dir tausend Hube rein Juhu Dankeschön technology Ich fahr mit ihm Frieden hier nichts Oh ich hat was angekriegt Ich schiesst einer Ja, ich kann ja nicht sagen, wahrscheinlich von oben irgendwie, weil jetzt hat es aufgehört. Das Auto aktivieren? Ja. Ah, geht nicht, ich brauche 4000. Ach, shit. Wo bist du, Matzer? Ich komme hier angehumpelt, ich regle in der Röhre keine Ausdauer mehr. Ah, okay, das zieh dich. Da musst du doch nochmal irgendwie eine Weste oder sowas hinschmeißen. Dann brauchst du nochmal 1000, oder? Ja. Das geht bis zum Westen. Gut, ich schmeiß hin und du musst dann Obacht halten, damit ich es reinbacke. Gut, ich habe es da reingestopft. Gut. Geh mal bezahlen. Ja. Gut, ich verarschen. Was denn? Reicht immer noch nicht. Gibt es doch gar nicht. So, ich habe doch 4,8. Ja, steht auch da, was du brauchst. Jetzt. Ich muss sie zusammen haben. Ach so. Ich habe die 1000 1 gehabt und 3,8. Ja. Hat er nicht genommen. Jetzt müssen wir irgendwie auf die letzte Sekunde losrennen. Gut. 10. Rennen hoch. Komm. 5. So, tschüss. Aus. Ich hatte auch getroffen. Der Hund. Ich hatte auch getroffen. Ja, ich habe sie sehen. Und dich auch, oder? Nehme mich nicht mehr jetzt. Herr Pischer, der Hässliche. Das hasse ich mal. Exit Camper. Ich habe zwei Spieler erschossen. Wo habe ich denn? Zwei Spieler erschossen? Warum? Ich habe auch zwei Spieler erschossen. Was hast du denn? Ach, einer ist in der Granate. Geil. Ah. Wahrscheinlich den, der hinten gelootet hat. Ja. Ja.